Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat beschlossen, den Landesentwicklungsplan neu aufzustellen. In Zukunft will man deutlich mehr Bürgerbeteiligung. Kommunen, öffentliche Planungsträger, Verbände und Vereinigungen dürfen jetzt Vorschläge machen, die in den neuen Entwicklungsplan des Landes einfließen sollen. Man will gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land schaffen. Dazu verlässt man sich weiter auf das sogenannte zentrale Ortesystem. Ein Modell von 1933, welches in Fachkreisen als überholt gilt, weil zum Beispiel Stadtflucht und Mobilität nicht vorkommen. Die Idee Dorfladen vom damaligen grün geführten Mule zielte auf gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land ab. Sie wurde jedoch massiv blockiert. Die zukünftige Siedlungsentwicklung soll vor dem Hintergrund des demografischen Wandels erfolgen, inklusive Klimaschutz. Der neue Plan soll auch Maßnahmen zum Hochwasserschutz oder zum Waldumbau enthalten. Des Weiteren sollen Voraussetzungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien geschaffen werden.